Ja, willkommen hier zu einem neuen Video auf IGNBs und heute testen wir von Matilde Vincenzi Mini Folkli. Das sind italienische Kekse und das ist ein Feingebäck mit Kakaocreme Füllung. Ja, das testen wir heute. Da schauen wir zunächst einmal. Hier seitlich gibt es nämlich irgendwo auch die Zutaten. Hier. Feingebäck mit Kakaocreme Füllung. So, da könnt ihr das sehen. In Italien hergestellt. Und hier hinten haben wir dann auch die Nährwertangaben, die immer etwas unübersichtlich werden durch die ganzen Sprachen. Hier, da blickt man dann nicht mehr so ganz durch. Also es ist sehr verwirrend. Salz, Salz, Salz und das Letzte kann ich nicht aussprechen. Ja, und das ist dann immer so ein bisschen verwirrend. Aber gut, darum geht es ja jetzt nicht, beziehungsweise es geht schon darum, aber in erster Linie geht es natürlich um den Geschmack. Deswegen reißen wir das einmal auf. So, komm mal raus da. So, so sieht das aus und wenn wir das brechen, dann ist hier innen so eine Füllung. Ja, probieren wir mal. Ja, das schmeckt auf jeden Fall sehr gut, so wie man das gerne mag, nämlich schön schokoladig, sehr kakao-haltig, kann ich nur weiterempfehlen. Ja, das war's zu diesen Keksen. Habt ihr ja auch schon mal probiert. Lasst mich das mal wissen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.